Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Community Crunch. Heute zwar in einer sehr, sehr, sehr unkristlichen Durzeit, 4.40 Uhr, ei, ei, ei. Ja, im Community Crunch 280 und ich finde eigentlich die Zahl eigentlich ganz cool. Wieder mal eine gerundete Zahl. Da haben wir nicht so viele krasse News. Eine wichtige gerade für Office-Spieler natürlich, muss man dazu sagen, aber im Allgemeinen nicht so krasse News. Also, wir gehen auf den Community Crunch mal ein. In diesem Crunch werden wir die Öffnung von Genesis 2 Transfer auf unseren offiziellen Servern und ein spezielles kleines Evo-Event mit Zucht und Hexagon-Belohnungen behandeln. So Leute, also. Man kann am Freitag, oder besser gesagt ab Freitag, dem 3. September, werden wir auf unseren offiziellen Servern auf allen Plattformen vollständiges Server-Transfer in Genesis Part 2 ermöglichen. Nach der Aktivierung können Spiele ohne Einschränkung, Gegenstände und Kreaturen auf die Karte herunterladen. Das heißt Leute, wenn ihr Office spielt, ab dem 3. September könnt ihr alles von A nach B mitnehmen. Also von Ragnar zum Beispiel auf Genesis und hin und her. Ja, dann haben wir ein Evolution-Event. Das geht bis Montag, den 16. mit folgender Vergünstigung auf allen offiziellen Servern. Wir haben Zucht mal 2, Zähmung mal 2, Ernten mal 2, XP mal 2 und Hexagon mal 2. Und im Großen und Ganzen waren das alle News. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Community Crunch, Corner, ein bisschen was lief mit Aero Longstaff, ein bisschen was zum Bauen. Wir haben hier ein paar Bilder. Wie aussieht wie eine Raupe. Ich meine, das soll, glaube ich, der Amagar sein, aber es sieht auch wie aussieht wie eine Raupe. Okay, coole Augen auf jeden Fall irgendwie vom Säbelzahntiger. Das ist so wie ein sehr verstörendes Bild. Das weiß nicht, gefällt mir nicht so. Aber jetzt haben wir dann hier einen T-Rex. Wir haben einen Raptor, einen Reaper. Ein relativ schönes Gebäude, muss ich sagen. Ich mag so diesen Stil von Gebäuden. Und im Großen und Ganzen war es das, Leute. Leider keine News zu Lost Island. Wir haben keine News zu, wir können es ja mal sagen, auch zu Ark 2 mittlerweile. Wäre mal ganz hübsch, wenn da noch was kommen würde. Ich meine, jetzt ist ja bald, die bald Games kommen. Vielleicht haben wir da im Zusammenhang noch ein bisschen die Chance, irgendwas zu bekommen. Ob jetzt Ark 2 oder Lost Island 2. Genau, Lost Island. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Wann würdet ihr euch für die News wünschen? Welche News wollt ihr im Community Crunch 281 sehen nächste Woche? Schreibt mir das mal bitte gerne. Wird mal gerne wissen. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die es ein bisschen predikten, die sagen, hey, yo, ich sage nicht so, kommt die Lost Island Info. Und dann kommt sie auch. Wäre doch mal ganz lustig, Leute. Komm, wir predikten es mal. Ich sage euch meine Meinung jetzt hier in dem Video. Und ihr schreibt eure Meinung in die Kommentare. Im Community Crunch 281, das ist dann nächste Woche, sage ich, wir bekommen... Was bekommen wir? Wir bekommen... Nicht das Release-Datum von Lost Island gesagt, aber den dritten Dino. Ich sage, der dritte Dino wird nächste Woche vorgestellt. So, dann Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wollt ihr nächste Woche sehen? Würde mich auch über eure Meinung freuen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem sehr kurzen komischen Crunch. Aber warum unnötige Länge ziehen? Hm. Ich bin noch müde, ich glaube, ich gehe nochmal schlafen. Und ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag oder guten Morgen, was auch immer. Bis denn. Ciao. Abo und Like nicht vergessen, Leute. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival-Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark. rees Editor-Fatier, das war's, aber das war's.